Herzlich willkommen in der Fox Gallery mitten im Zürcher Niederdorf. Kunst macht das Leben reicher. Die Fox Gallery vertritt seit gut 20 Jahren erfolgreich eine große Anzahl international und national bekannter Pop-Art-Künstler und legt großen Wert auf direkte und freundliche Zusammenarbeit mit den Künstlern. Und Kunstinteressierte schätzen das angenehme familiäre Ambiente. Musik Galeristin Claudine Francine Bundy entführt Besucher mit Charme, Fachkompetenz und Herzlichkeit in eine Welt voll Farben und Fröhlichkeit. Musik Sie erweitert kontinuierlich ihr Spektrum durch die Aufnahme herausragender Nachwuchstalente. Musik Die Fox Gallery lädt stets zu einer spannenden Pop-Art-Kunstreise ein. Zu entdecken gibt es unter anderem Werke von Mel Ramus. Jörg Döring Wink James Ritzi Oder die Objektkästen von Volker Kühn Die Fox Gallery kann übrigens auch für Anlässe aller Art gemietet werden, inklusive lauschigem Garten. Musik Kunst macht das Leben reicher. Musik Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Musik Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Musik Musik